Bei Backhaus-Mahl arbeiten ist es so schön, weil das Team einfach sehr herzlich ist. Jeder hat ein offenes Ohr für den anderen. Man kann sich auf jeden verlassen. Backhaus-Mahl ist regional und innovativ. Es ist nie langweilig. Und es gibt nichts Leckeres als den Geruch morgens. Mein Name ist Valery Iwenhoff. Bei Backhaus-Mahl gibt es viele Festangestellte, aber es gibt auch viele Teilzeit- oder Aushilfen, so wie ich auch. Ich habe 12-Stunden-Woche und studiere nebenbei. Mein Name ist Jessica Böge und ich bin Erstverkäuferin beim Backhaus-Mahl. Es ist schon ein sehr großes Aufgabenfeld, was aber auch echt Spaß macht. Und ich muss sagen, ich wachse glaube immer mehr hinein. Man könnte es nicht besser treffen. Wenn ich zur Frühschicht komme, dann meistens Brötchen auffüllen, gucken, dass die Theke gut aussieht, dass die Preisschilder stimmen. Wenn ich in der Spätschicht bin, dann ist meistens eher Süßes und Kuchen. Dann genieße ich, die süßen Stücke zu verkaufen. Erstverkäuferin zu sein bedeutet mehr Verantwortung. Man hat immer ein offenes Ohr für seine Kollegen, schreibt die Schichtpläne. Man sorgt dafür, dass der Laden läuft. Wie die Theke aussieht, was man verbessern könnte, was man anders machen könnte. Eine schöne Theke ist immer ein bisschen Farbspiel auch. Ich achte darauf, dass es nicht rund neben rund liegt. Nicht mehlig neben mehlig und auch nicht Puderzucker neben Puderzucker. Also meine Lieblingssituation ist, wo ein kleiner Junge mit seiner Mutter da war. Und eigentlich gucken die Kinder immer so auf die süßen Stücke und sagen, Mama, noch in Berlin oder sonst was. Aber der Junge war so von meinem Schnauze begeistert. Der hat mich so angeschaut und dann wollten sie sogar mit mir ein Bild machen. Und das sind schon solche Situationen, wo einem schon Freude machen. Wir haben eine ältere Dame, die kauft jeden Tag bei uns ihre Brezel, ein Laugenzöffel und ein Stück Kuchen ein. Und ihr helfe ich auch immer, es dann zum Auto zu bringen. Und sie bedankt sich auch jedes Mal und sagt, oh schön, dass ihr da seid. Und ihr seid alle so lieb. Also die ist wirklich toll, die Kundin. Bei der Arbeit freue ich mich am meisten auf meine Kolleginnen und Kollegen. Für mich ist es einfach eine Arbeit, wo man viel mit Menschen zu tun hat, einfach wichtig. Ich hatte davor einen anderen Beruf. Und bei Backhouse Mahl fühle ich mich zu Hause. Ich bin endlich angekommen. Und man wird einfach wertgeschätzt. Man wird gefordert. Das ist nicht selbstverständlich. Definitiv nicht. Ist wirklich toll. Ich bin ja auch nicht zu Hause guard.